Das ist ja blöd. Du hast auf dem Bahnsteig gestanden, aber er steht bei mir hier im IG überall. Wo geht es denn jetzt hin? Dachten wir mal, wo es hingeht. Also, dass die einen echt fragen, sie wollen Spitzenkandidat werden. Erst von der Köln, dann fragen sie einen. Da merkt man schon jedes Mal, okay, was für ein crazy Ride, den du hier gerade eigentlich unternimmst. Am Telefon begrüße ich jetzt den schleswig-holsteinischen grünen Politiker Robert Haarek. Er ist Landesminister und Vize-Regierungschef dort. Schönen guten Morgen, Herr Haarek. Guten Morgen, grüß Sie. Hier vorne einmal im Kreis höre ich das hier falsch. Das ist ein Punkt, der nicht geht, den wir hier auch massiv kritisieren. Kameras laufen alle? Mhm. Je mehr die Grünen Urwahl machen, umso tiefer gehen unsere Prozente. Das Jahr hat beschissen angefangen. Es ist doch null Argument dagegen. Wir wollen doch beides. 14-stöckiges Haus und wir sind die beiden einzigen Menschen. Jetzt ist es so. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ja, so ist es. Und jetzt geht's. Also geht's. ses Vielen Dank.